Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Leaky Guard, auch bekannt als intestinale Permeabilität, ist ein Zustand, bei dem die Darmwand durchlässiger wird und unerwünschte Substanzen wie Toxine, Bakterien und unverdaute Nahrungspartikel in den Blutkreislauf gelangen können. Dies kann zu Entzündungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Symptome von Leaky Guard können vielfältig sein und umfassen unter anderem Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit, Hautprobleme, Gelenkschmerzen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Um Leaky Guard auf natürliche Weise zu heilen, können verschiedene Naturheilmittel und Lebensstiländerungen hilfreich sein. Probiotika Gute Bakterien in Form von Probiotika können helfen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen und Entzündungen zu reduzieren. Es handelt sich um nützliche Bakterien, die die Darmflora unterstützen und die Darmgesundheit verbessern können. Die Einnahme von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln oder der Konsum probiotikareicher Lebensmittel wie Joghurt, Sauerkraut und Kefir kann bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts der Darmflora helfen. Präbiotika Präbiotika sind Ballaststoffe, die das Wachstum von gesunden Darmbakterien fördern. Lebensmittel wie Knoblauch, Zwiebeln, Chicorée und Artischocken sind reich an Präbiotika und können die Darmgesundheit unterstützen. Kurkuma Kurkuma ist bekannt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften und kann bei der Linderung von Entzündungen im Darm helfen. Die Zugabe von Kurkuma zu Speisen oder die Einnahme von Kurkuma-Präparaten kann die Darmgesundheit unterstützen. L-Glutamin L-Glutamin ist eine Aminosäure, die die Regeneration der Darmzellen fördert und die Darmwand stärken kann. Die Einnahme von L-Glutamin als Nahrungsergänzungsmittel kann helfen, die Durchlässigkeit des Darms zu verringern. Ingwer Ingwer ist bekannt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften und kann bei der Linderung von Symptomen wie Magenschmerzen und Verdauungsstörungen helfen. Aloe Vera Aloe Vera ist für seine beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt und kann bei der Heilung von Schleimhäuten im Darmtrakt unterstützend wirken. Der regelmäßige Verzehr von Aloe Vera-Saft kann die Darmgesundheit fördern. Kokosöl Kokosöl enthält mittelkettige Triglyceride, die antimikrobielle Eigenschaften haben und das Wachstum schädlicher Bakterien im Darm hemmen können. Die Verwendung von Kokosöl beim Kochen oder die Einnahme von Kokosöl als Nahrungsergänzungsmittel kann die Darmgesundheit unterstützen. Um Leaky Guard auf natürliche Weise zu heilen, ist es auch wichtig, den Konsum von entzündungsfördernden Lebensmitteln wie raffiniertem Zucker, Gluten und verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren. Stattdessen sollten ballaststoffreiche und nährstoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und gesunde Fette in die Ernährung integriert werden. Die Naturheilmittel zur Linderung von Leaky Guard können eine sanfte und effektive Möglichkeit bieten, die Darmgesundheit zu verbessern und die Symptome des Leaky Guard-Syndroms zu lindern. Es ist jedoch wichtig, bei anhaltenden Beschwerden einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker zu konsultieren, um eine umfassende Behandlungsstrategie zu entwickeln. Es ist wichtig zu beachten, dass die Behandlung eines Leaky Guard in der Regel eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert, die auch eine Ernährungsumstellung, Stressmanagement und möglicherweise weitere Maßnahmen umfasst. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Leaky Guard und was Sie tun können, sofern Sie betroffen sind, zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durchgesund!